Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Unabhängig von Konfession und kulturellen Wurzeln versorgt und betreut der ambulante Pflegedienst Atmarus hilfsbedürftige Menschen jeden Alters. Die Seele und das Wohlbefinden von Patienten stehen im Fokus eines breiten Leistungsspektrums, das unter der inhabergeführten Leitung von Nina, Waldemar und Emma Heiser mit einem qualifizierten Fachkräfteteam umgesetzt wird. Erstberatungen und individuelle Pflegekonzepte basieren auf Verständnis und Vertrauen. Von der fürsorglichen Betreuung über die zuverlässige Grund- und Behandlungspflege bis hin zu hauswirtschaftlichen Hilfen erfüllt Atmarus höchste Anforderungen. Stets mit dem Ziel, die Selbstständigkeit und die Mobilität der Patienten zu fördern und so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Einschließlich einer barrierefreien Senioren-WG in Mohringen bietet Atmarus einzigartige Möglichkeiten, die auf einer liebevollen Rundum-Versorgung beruhen. Atmarus – ambulant, persönlich, herzlich. Auch gegenüber unserem motivierten Team, das von flexiblen Arbeitszeiten und zahlreichen Zusatzleistungen profitiert.